Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer weiteren One-Piece-Tierlist. Das letzte Mal haben wir uns mit allen Teufelsfrüchten aus dem One-Piece-Kanon beschäftigt. Dieses Mal soll es um die One-Piece-Filler-Teufelsfrüchte gehen. Also Teufelsfrüchte, die man nicht so ganz ernst nehmen kann, denn die meisten stammen nicht einmal aus der Feder von Ishiro Oda. Ja, und es gibt natürlich noch viel mehr Filler-Teufelsfrüchte, teilweise für One-Piece-Bühnenstücke, Theaterstücke und so weiter, weshalb ich mich hier ausschließlich auf die Filler-Teufelsfrüchte konzentriere, die wir auch alle kennen aus den Filler-Folgen, aus dem Anime, aus den Filmen, aus den Spielen und eine besondere ist dabei aus dem One-Piece-Ex-Kyoto-Special, eine Jagd nach Briefmarken, aber dazu werde ich später noch kommen, sobald wir bei dieser Teufelsfrucht angekommen sind. Wir gehen alphabetisch durch und beginnen mit Ashino. Ashino war einer aus den Filler-Folgen und einer der ganz vielen Charakteren, die eine Hitzefrucht haben. Wir haben natürlich auch eine im Kanon mit Oven und das ist auch die einzige, die wir wirklich relevant finden können. Aber kann man diese ganzen Hitzefrüchte auf einen Nenner bringen, dass man sagt, im Grunde sind sie alle gleich? Ich denke nicht. Ich denke da mal an die Hitzefrucht von Oven, der dann uns auch gezeigt hat, dass er Unterwasser-Torpedos abfeuern kann in gewisser Weise oder auch eben sein Schwert erhitzen kann. Jetzt haben wir hier bei Ashino nur jemand, der sich selbst erhitzen kann, zu einem 10.000-Grad-Mensch. Und ich finde, das ist schon etwas, wo man nicht so leicht rankommt und gerade wenn man jetzt am Anfang auf der Grand Line angekommen ist und würde auf so jemanden treffen, da hätte man schon große Probleme. Klar, mittlerweile sind wir in der neuen Welt. Es gibt Haki und es gibt höchstwahrscheinlich auch viele Teufelsfrüchte, die gegen diese Teufelsfrucht ankommen könnten, beispielsweise die Schneefrucht von Monet. Aber am Anfang der Grand Line, denke ich, ist das eine richtig starke Teufelsfrucht und dann kommt natürlich darauf an, was du daraus machst. Aber bringt dir da in dem Sinne Rüstungshaki etwas oder bringt es dann mehr, das Ganze mehr zu erhitzen oder sich vielleicht nochmal zu verstärken, um mehr als 10.000 Grad zu erreichen? Also ich finde, es ist eine relativ solide Teufelsfrucht, die wir hier bei Ashino haben, weshalb sie für mich hier auf dem B-Rang landet. Ja, und dann haben wir einen. Einen war ja bei der Neomarine in Wilm Zed dabei und hat natürlich für viel Spaß gesorgt in diesem Film, da ihre Fähigkeit, ihre Teufelsfrucht dahin vorsieht, einen, äh, etwas, was man berührt, 12 Jahre jünger zu machen. Bei Brooke hatte das eigentlich keinen Einfluss, er war nur ein jüngeres Skelett, aber gerade bei Nico Robin, die dann wieder 18 wurde, oder Nami, die ganz und gar erst dann wieder 6 Jahre alt war, war das dann doch ganz interessant. Das kann sie natürlich auch auf Objekte oder auf den Boden anwerfen und da ist natürlich so ein bisschen die Krux. Weiß man denn überhaupt, wie der Boden vor 12 Jahren ausgesehen hat? Also wenn da vorher ein Baum stand und man kann das mit seinem Vorteil im Kampf nutzen, finde ich die ganze Sache doch sehr interessant. Ansonsten hat einen eigentlich nicht so viel auf ihre Teufelsfrucht gesetzt und mehr auf ihre eigentlichen Fähigkeiten, weshalb ich auch denke, dass diese Teufelsfrucht nicht unbedingt stark ist, es sei denn natürlich, man berührt jemanden, der unter 12 Jahre ist. Dann könnte man quasi hier von einer Teufelsfrucht sprechen, die den Tod verursacht. Und es ist ja nicht so, dass man nur einmal diese Teufelsfrucht auf jemanden anwenden kann, sondern immer wieder. Und theoretisch wäre es sogar möglich, Leute, die eigentlich ziemlich alt sind, wieder in ein junges Alter zu bringen und dann wären die eigentlich richtig stark. Ich finde, das ist eine der Teufelsfrüchte, die man absolut nicht unterschätzen sollte. Im Kampf selbst ist sie vielleicht nicht stark, aber als Supportfrucht kann ich mir vorstellen, dass sie in jeder Kaiser-Crew ganz viele Charaktere richtig stark machen könnte, beziehungsweise halt wieder jünger machen könnte und demnach sie wieder in ihre Brime schicken könnte oder denen dann auch mehr Zeit verschaffen könnte, noch stärker zu werden. Für mich landet diese Teufelsfrucht mal auf dem A-Rang. Ja, natürlich, man muss abziehen, dass sie für den Kampf vielleicht nicht so geeignet ist, aber als Support ist das eine richtig krasse Teufelsfrucht. Dann kommen wir zu Arlhound, eine der wenigen Teufelsfrüchte aus dem Fillerkanon, die wir nicht kennen. Wir gehen aber alle davon aus, dass es eine Soan-Teufelsfrucht ist. Vielleicht können wir sogar ein bisschen so weit gehen, dass man hier von einer antiken Soan spricht, denn der konnte sich ja quasi in eine Bestie verwandeln oder teilweise in eine Bestie, weshalb es natürlich auch möglich sein könnte, dass es sich hierbei um eine Paramezia-Teufelsfrucht handelt oder halt eben mal wieder so eine Hybrid-Teufelsfrucht, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, wo man zwar eine feste Einordnung hat, aber dann Elemente aus einer anderen Klasse natürlich dazu gewonnen hat. Und ja, diese Teufelsfrucht ist gar nicht mal so schlecht, gerade wenn man ein physischer Kämpfer ist, kann man sich damit nochmal steigern und natürlich ein bisschen variieren. Es ist jetzt natürlich keine Schimärenfrucht, dazu werden wir auch noch kommen, weshalb ich aber trotzdem finde, dass diese Teufelsfrucht nicht unterschätzt werden sollte und für den Kampf sehr geeignet sein kann, weil das vor allem eine Teufelsfrucht ist, die dir am Anfang, also in irgendeinem der Blues einen großen Vorteil gibt, am Anfang der Grandline einen großen Vorteil, aber die man vielleicht nochmal verstärken kann, wenn man in die neue Welt kommt mit den verschiedenen Haki-Arten. Und dann kommen wir zu Alpacacino. Ja, der war in den Fillern vor Film-Set, also auch ein Teil der Neomarine. Im Grunde war es eine Kanone, die die Alpaka-Frucht gegessen hat und ja, wir fragen uns immer wieder, kann das im Grunde eigentlich nur Vegapunk? Aber natürlich, so interessant war er nicht. Das Beste an ihm war der Name Alpacacino. Besser geht es ja gar nicht. Aber im Grunde finde ich solche Teufelsfrüchte, die von einer Waffe gegessen worden sind, immer super witzig und interessant. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir in One Piece so wenige davon haben. Aber wir müssen natürlich ehrlich sein, ein Alpaka, da will sich im Grunde keiner drin verwandeln. Vielleicht kann man da spucken oder waren das die Lamas? Na gut, ich denke, ein Alpaka kann genauso spucken wie ein Lama. Also soll das dann ein großer Vorteil geben? Sollte vielleicht ganz am Anfang in irgendeinen der Blues, aber ich glaube nicht mal am Anfang der Grandline machst du damit einen großen Sprung. Dann haben wir Anne aus dem Film One Piece Stampede. Sie hat eine sehr interessante Teufelsfrucht, eine Illusionsteufelsfrucht. Und diese Teufelsfrucht erlaubt ihr, wenn sie ein Bild berührt, eine Illusion von diesem Bild zu erzeugen. Das dauert natürlich seine Zeit, bis das passiert. Aber, und das ist das sehr Interessante, ein bisschen zum Vergleich der Spiegelfrucht von Brûlée, sie kann auch die Fähigkeiten kopieren. Denn sie hat ja zum Beispiel in Film Stampede eine Version von Windsmoke Raiju erschafft und konnte damit das Gift neutralisieren oder aussaugen von Caesar Crone, also von der Gasfrucht. Und das macht diese Teufelsfrucht eigentlich sehr interessant, denn wenn man von einem starken Charakter eben eine Illusion erzeugt, ist der erstmal auf seiner Seite. Natürlich hat das Ganze auch einen großen Nachteil, denn wenn Anne manipuliert wird, hat dann quasi auch jeder die Möglichkeit, die Illusionen über Anne zu kontrollieren. Aber ich glaube, das ist bei vielen Teufelsfrüchten, die in diese Richtung gehen, immer so ein bisschen Gang und Gebe. Also ich denke, das ist eine Teufelsfrucht, die leider in One Piece Stampede ein bisschen untergegangen ist, weil sie viel zu kurz kam, weil mit so einer Teufelsfrucht, finde ich, kann man auch im Grunde der Hauptschurke sein. Und es würde sogar, vielleicht sogar ein besserer Film sein, als One Piece Stampede gewesen ist. Ich finde, die sollte man nicht unterschätzen. Ich setze sie mal auf den S-Rang. Dann haben wir Apis und viele kennen natürlich Apis aus den so ersten Filler-Folgen in One Piece, also gleich nach Loke Town. Sie hat mit einem Drachen gesprochen, aber das ist ja nicht ihre einzige Fähigkeit. Sie kann das Herz der Tiere spüren und kann telepathisch mit Tieren Kontakt aufnehmen. Das war jetzt natürlich in den Filler-Folgen nicht so besonders, weil es ging ja da eigentlich wirklich nur um diesen Drachen, der ja in der Welt von One Piece in dem Sinne nicht existiert. Aber es ging schon so ein bisschen in die Richtung der Kibikibinomi, der Kibidango-Frucht von Otama, dass man sich im Grunde wilde Bestien zähmen kann damit, die dann auf ihrer Seite kämpfen. Und wer weiß, wer weiß, ob das nicht vielleicht auch bei den Giftern funktioniert oder halt eben bei Soan-Teufelsfrucht-Nutzern oder vor allem halt bei den Wächter-Bestien in Impel Down, wo wir davon ausgehen, dass die zwar erwachte Teufelsfrucht-Nutzer sind, aber im Grunde die den Instinkten erlegen sind, die die Teufelsfrucht einhergibt. Aber dann können die vielleicht durch Apis kontrolliert werden. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Teufelsfrucht, mit der man sich eine große, starke Armee heranzüchten kann. Und man braucht im Grunde auch nie wieder Gefahr zu sein, gegen wilde Tiere im Nachteil zu sein, weil man die wahrscheinlich sogar noch auf seine Seite ziehen kann. Sehr interessante Teufelsfrucht an dieser Stelle. Kommt für mich mal auf den A-Rang. Wir brauchen uns natürlich nicht darüber streiten, dass Apis als kleines Mädchen noch zu schwach war natürlich, aber stellt euch mal so eine Teufelsfrucht bei einem erwachsenen Charakter, der selber auch noch ein bisschen was drauf hat vor, dann wäre die schon richtig mächtig. Ja, und dann kommen wir zu der, wie, ich glaube, das ist die Teufelsfrucht, die jeder von euch haben will. Und da braucht ihr gar nicht zu lügen oder so etwas. Wir haben hier die Lorenfrucht oder die Rollerfrucht oder die Reifenfrucht. Oh mein Gott, was ist das für eine schreckliche Teufelsfrucht gewesen. In den Fillerfolgen zu One Piece Film Gold und wir brauchen uns wirklich eigentlich nicht darüber unterhalten, dass das die schlechteste Teufelsfrucht ist, die wir je gesehen haben und das in Bezug auf so etwas wie eine Jackenfrucht oder eine Kreiselfrucht, die wir tatsächlich im Kanon haben. Also für einen Filler hätte man sich da was Besseres ausdenken können, aber vielleicht sollte es halt wirklich auch nur für den Humor sein, dass man ein Lorenmensch sein möchte. Oh mein Gott, ich möchte es auf jeden Fall nicht sein. Dann haben wir wieder eine sehr interessante Teufelsfrucht, die sehr mächtig sein kann, solange man zumindest das Glück hat und da sind wir wieder an dem Punkt, wir haben eine sehr mächtige Teufelsfrucht, die mal wieder nur von Usopp besiegt werden konnte, weil er auf die Idee kam, das ganze Glück von Baccarat auszugeben in One Piece Film Gold, aber dem Gegner das Glück zu entziehen und ihm somit natürlich einen großen Nachteil im Kampf zu geben und selbst dieses Glück zu nutzen und damit halt zufälligerweise auszuweichen oder einen Glückstreffer zu landen, das halte ich schon für ziemlich mächtig. Baccarat war vielleicht nicht der perfekte Charakter dafür, obwohl sie das gut gespielt hat, einer meiner Lieblingscharaktere aus One Piece Film Gold, aber ich finde die mächtige Fähigkeit, die sie mitbringt, die war halt vielleicht ein bisschen krasser und die hätte vielleicht sogar noch krasser sein können und ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht ein paar Deadpool-Filme gesehen habt, da taucht ja der Charakter Domino auf, deren Superkraft ja ebenfalls Glück ist, das kann schon eine sehr entscheidende Rolle spielen und natürlich, das fordert von einem, dass man selber natürlich auch ein starker Charakter wird, aber wenn man die beiden Sachen kombiniert und dann halt im Grunde im entscheidenden Punkt den Glückstreffer landen kann gegen jemanden, dem man vielleicht sogar vorher das Glück entzogen hat, was natürlich die Chancen nochmal extrem erhöht, ist das einfach eine richtig gute Teufelsfrucht, meiner Meinung nach. Ja, und dann haben wir Bear King und da haben wir wieder schon in dem Sinne eine Hitzebrucht, vielleicht nicht so heiß wie Achino, aber er kann heiß werden und er kann sich verhärten, also hat quasi so eine Art Rüstungshaki oder reden wir lieber mal vom Eisenpanzer der Formel 6 und kann diesen eben auch noch erhitzen, wobei es halt mehr nach Rüstungshaki ausgesehen hat damals. Ja, aber so wirklich bringt dir das was einem Vorteil? Kann man das vielleicht auch ohne Teufelsfrucht erreichen? Ich denke halt auf jeden Fall, denn wenn man Rüstungshaki hat, braucht man die Verhärtung dieser Teufelsfrucht nicht und ja, die Hitze, okay, das ist ein guter Vorteil, aber da man ja nicht zu heiß werden kann, wie das jetzt beispielsweise bei Achino ist mit 10.000 Grad, ja, dann bringt dir das auch wirklich nur am Anfang einen Vorteil, weshalb für mich diese Teufelsfrucht leider nicht mal auf den B-Rang reicht, auch wenn sie natürlich mehr Variabilität hat als die von Achino, aber Achino kann einfach heißer werden und das macht halt vielleicht doch schon mal den größeren Unterschied und darüber hinaus könnte man halt auch noch Rüstungshaki lernen, sofern das überhaupt kombinierbar ist, das ist natürlich auch immer die große Frage. Ja, und wir kommen zur nächsten Hitzefrucht, beziehungsweise hier geht es in eine andere Richtung, wir haben nämlich die Schmelzofenfrucht, das heißt, man wird selbst zum Schmelzofen, wird selbst heiß, kann Darnabit auch ein bisschen Metall manipulieren, wenn man das so möchte, finde ich aber gar nicht mal so uninteressant, war ja nicht umsonst der Gehilfe von Guild Tesoro, auch hier, er ist aufgetaucht in den Fillerfolgen zu One Piece Film Gold und ich fand sie gar nicht so schlecht, ich weiß nicht, ob man das sich nochmal großartig steigern kann, weshalb sie für mich hier nur auf dem B-Rang landet, weil im Grunde, wenn du kein Material dafür Verfügung hast, die du in deinen eigenen Schmelzofen packen kannst, ja dann bist du auch so ein bisschen geliefert, im Kampf und musst du dich auf deine eigenen Kräfte verlassen und es ist ja nicht immer gegeben, dass man genug Material dabei hat, vor allem halt nicht immer unbedingt Metalle. Dann haben wir Binz, Binz auch aufgetaucht in One Piece Film Z, auch bei der Neo Marine, er hat eine Wachsenfrucht, die funktioniert aber nicht bei allem, so wie das bei der Reifefrucht von Shinobu der Fall ist, sondern eben nur auf Pflanzen, damit konnte man aber ziemlich viel machen, also quasi das, was Usopp jetzt mit den Green Stars hat, das konnte der quasi auch erschaffen, aber halt immer nur dort, wo halt Pflanzen waren und das ist der große Nachteil von dieser Teufelsfrucht. Klar, wenn du einen normalen Boden unter dir hast, könntest du wahrscheinlich auch noch Pflanzen wachsen lassen, du brauchst nicht unbedingt ein Gras, das da vorher schon ist, aber funktioniert das eben auch bei einem Untergrund, der aus Beton besteht oder Stahl? Ja, an der Stelle finde ich diese Teufelsfrucht dann schon eher ein bisschen schwächer, aber ich halte ihr sehr viel großes Potenzial hingegen, ich habe mir ja immer eine richtige Pflanzenfrucht in One Piece gewünscht, die wäre ja jetzt auch im Ende des Wano Kuniaks mit der Waldfrucht bekommen haben, aber damals war die schon ganz nett und ich würde sagen, vom Potenzial her, bei einem stärkeren Charakter definitiv mehr drin, aber ich möchte mal vorsichtig sein, nur der B-Rang, weil ich nicht weiß, wie hoch das Potenzial und ich denke, die Nachteile, die überwiegen dann auch ein bisschen. Als nächstes kommen wir zu einer besonderen Teufelsfrucht, denn sie existiert tatsächlich zweimal in der Fillerwelt von One Piece und zwar die Mini-Mini-No-Mi, einmal bei Blyu und einmal bei Lily S. Tomisch, wobei natürlich hier bei beiden nicht so ganz geklärt ist, wie klein kann man im Grunde eigentlich werden. Wir haben ja eine umgedrehte Teufelsfrucht im Kanon bei San Juan Wolf, der noch größer werden kann, deswegen finde ich, dass das eigentlich eine ziemlich normale Teufelsfrucht ist, die es gerne auch im Kanon geben könnte. Ich denke auch, der Wunsch, der Traum kleiner zu sein, als man wirklich ist, existiert auch in dieser Welt und ich habe natürlich da so ein paar Gedanken an Ant-Man aus dem Marvel-Universum, aber auch an das stärkste Kaffeeböhnchen aus Dragon Ball Z. Mit Haki wäre das wahrscheinlich eine extrem starke Waffe. Wir werden diese Teufelsfrucht natürlich auf den gleichen Blatt setzen, weil es im Grunde die gleiche Teufelsfrucht ist. Es ist halt nicht bestätigt, dass irgendwie Blyu irgendwann gestorben ist und Lily S. Tomisch die dann später gegessen hat, weshalb wir davon ausgehen müssen, dass sie tatsächlich einfach zweimal existiert. Ich denke, potenziell ist diese Teufelsfrucht ziemlich stark, aber wir wissen zu wenig und ich würde sie einfach mal nach Potenzial einstufen an der Stelle und zwar auf dem B-Rang. Dann kommen wir zu Breed, sehr interessanter Charakter, kam ja nach dem Punk-Hazard-Arc in den Filler-Folgen mit seiner Haustierfrucht und hat tatsächlich Ruffy und auch Trafalgar Law zu seinen Haustieren gemacht. Gut, das waren noch altere Verhältnisse, da war das Haki von den beiden noch nicht so stark, ist natürlich die große Frage, ob es jetzt bei großem Haki noch wirken würde, aber wenn man sich solche starke Charaktere zum Untertan machen kann und klar, mit Ruffy und Law hast du da die falschen Charaktere erwischt, aber stellt euch mal vor, Charaktere, die in etwa zu der damaligen Zeit im Stärkeverhältnis von den beiden waren und du stellst dir deine komplette Armee damit auf und hast du auf einmal halt eine Crew mit 20, 30 Mitgliedern auf dem Niveau von einem Ruffy und einem Law, natürlich wahrscheinlich mit anderen Teufelsfrüchten, dann könnte das schon eine extrem starke Teufelsfrucht werden und ich denke, sie hat den S-Rang verdient. Klar, sie unterleidet wahrscheinlich das Problem, was viele Teufelsfrüchte erleiden, dass es halt keine Wirkung zeigt auf zu starke Haki-Nutzer, aber das brauchst du gar nicht. Du erstellst dir einfach deine Armee und wenn du 10 Leute vom Kaliber von Ruffy hast, ja, dann überrennst du auch beispielsweise eine Piratenbande wie die Donkey-Shot-Familie, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, also das ist auf jeden Fall eine super interessante Teufelsfrucht. Dann haben wir Bull. Ja, ihr seht schon, er ist ein Hund und er hat von der Adlerfrucht gegessen, was ich ziemlich cool finde, weil das ist ja eigentlich so eine, ja, Vogel-Teufelsfrucht, die du essen möchtest, im Gegensatz zu vielen anderen Teufelsfrüchten der Kategorie Vogel. Und ja, hätte ich mir auch gerne bei beispielsweise Stronger gewünscht, also statt der Pegasus-Frucht. Ich finde, die ist ein bisschen gewasted bei ihm und mit einer Adlerfrucht wäre er halt eben auch zu einem Pegasus geworden, also quasi der umgedrehte Pierre in diesem Sinne, der ja die Pferdfrucht gegessen hat als Vogel. Ja, aber trotzdem, Adlerfrucht ziemlich cool, bei Bull natürlich teilweise ein bisschen verschwendet. Ich denke aber, das Potenzial, du kannst fliegen, du kannst vielleicht auch die Feder nutzen, Haki als Kombination, damit kann man schon extrem viel rausholen. Definitiv, meiner Meinung nach, eine der stärkeren Sohan-Teufelsfrüchte mit viel Potenzial. Dann haben wir Briny World und er tauchte ja im, äh, ja, Three Days 2Y, also im Drei Tage Zwei Jahre Special auf von One Piece. Er hatte die Fähigkeit, Objekte zu manipulieren, zu verstärken in Sachen Härte, Stärke, Geschwindigkeit, was natürlich gar nicht mal so schlecht ist, aber kann man das nicht im Grunde eigentlich auch mit gutem Rüstungshaki. Ich rede hier mal von den Black Swords, klar, Geschwindigkeit ist da ein anderes Thema, aber die kann ja von dir selbst kommen. Weshalb ich mal sage, sie wäre eine richtig krasse Teufelsfrucht für Leute, die kein Haki haben, aber durch Haki, ja, wird man hier so ein bisschen dann überschrieben, es sei denn, man kann es natürlich trotz Haki nochmal verstärken und dann reden wir hier schon von einer richtig krassen Teufelsfrucht und deswegen landet die für mich hier auf dem A-Rang. Ich hätte so ein bisschen geschmankt mit dem S-Rang, aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie das mit dem Haki dann ausgespielt wird. Dann haben wir eine der bekannteresten Sohan-Filler-Teufelsfrüchte, nämlich Chikichit, den viele ja auch für Kanon halten oder allgemein denken, dass alles, was in Long Ring, Long Land passiert ist, Filler ist. Es geht einmal in die Richtung, einmal in die Richtung. Er ist natürlich ein Filler-Charakter, der aufgetaucht ist. Er hat die Gepardenfrucht und da denkt man natürlich an Geschwindigkeit. Der Gepard ist eines der schnellsten Tiere auf unserem Planeten. Ja, aber er ist halt nicht so schnell wie ein Auto. Da müssen wir halt schon mal darüber sprechen und mittlerweile haben wir Charaktere, die sich doch deutlich schneller bewegen können als ein Gepard. Sanji zum Beispiel, der sich so schnell bewegen kann, dass er unsichtbar wird. Das heißt also, kann man die eigene Geschwindigkeit durch die Gepardenfrucht nochmal verstärken. Es ist natürlich in gewisser Weise auch ein Raubtier. damit wird man ein bisschen blutrünstiger und dadurch vielleicht auch ein bisschen stärker im Kampf. Eine erwachte Form davon wäre wahrscheinlich super interessant, aber am Ende bleibt es halt nur eine normale Soan und ich glaube, wenn wir von Raubtierkatzen sprechen, dann ist halt die Stärke entscheidender als so etwas wie Geschwindigkeit, weil es ist schon ein sehr, sehr schnelles Tier mit einer sehr hohen Höchstgeschwindigkeit, aber im Vergleich zu One-Piece-Verhältnisse halt dann eben nicht. Das heißt, jeder Charakter könnte diese Geschwindigkeit auch antrainieren und damit wird diese Teufelsfrucht ein bisschen geschmälert. Ich setze sie aber trotzdem mal wegen dem Raubtierfaktor auf C. Ja, dann haben wir Douglas Bullitt mit der Assimilationsteufelsfrucht, der Kopierteufelsfrucht. Sie war natürlich komplett overpowered und übertrieben. Wir haben es in Stampede gesehen. Mir hat es absolut keinen Spaß mehr gemacht in diesem Film mit dieser Teufelsfrucht, weil wie stark sollte er noch werden können? Also wir brauchen nicht drüber diskutieren, dass das eine der stärksten Teufelsfrüchte ist, die in One-Piece je erschaffen worden sind und Gott sei Dank ist es keine Teufelsfrucht, die im Kanon auftaucht. Aber stellt euch jetzt mal vor, so eine Teufelsfrucht bei einem Kaido. Also ich glaube, ein Kaido wäre gar nicht besiegbar gewesen. Also der hätte sich komplett assimiliert mit Onigashima und mit allem, was da so rumfleucht. Einfach nur utopisch übertrieben. Deswegen muss sie zu Recht hier auf den S-Plus ragen. Nicht weil ich sie cool finde, nicht weil ich Douglas Bullitt cool fand. Ich fand die Idee von Douglas Bullitt sehr interessant. Nee, es ist einfach eine übertrieben starke Teufelsfrucht. Als nächstes kommen wir zu Eldorago. Eigentlich ein ziemlich cooler Name. Klingt ja so ein bisschen wie Eldorado. Ich denke, da hat man sich auch ein bisschen orientiert und wäre für mich eigentlich der bessere Name für Giltesoro gewesen, weil Eldorado war die Stadt des Goldes und eben derjenige mit der Goldfrucht ist Giltesoro gewesen. Aber Eldorago, der hat nichts mit Gold zu tun, sondern er hatte eine Soundfrucht, mit denen er Laser erzeugen konnte. Und da stellt man sich natürlich die Frage, könnte man den mit der Lautlosfrucht oder halt mit der Opio Phenomie, die ja ähnliche Möglichkeiten darauf hinweist, einfach annullieren und er kann diese Laser nicht erzeugen. Aber das wären ja besondere Umstände, wenn man gerade gegen diese beiden kämpfen würde. Das kann man nicht wirklich als Schwäche sehen. Das ist nämlich so, wenn man über die Donnerfrucht von Enel sprechen würde und sagen würde, ja, aber wenn dann Ruffy kommt, hat man halt eben schlechte Karten. Es ist halt einfach so. Fast jede Teufelsfrucht hat irgendwie ihr Gegenstück, die sie ein bisschen auskontert. Ich finde die ganze Sache eigentlich ziemlich interessant. Ist auch eine Tollfrucht, die ich mir bei einem Supernova hätte vorstellen können. Ich meine, wenn die Weltregierung und Vegapunk die ganze Zeit auf die Laser von Kizaru gebaut hat, hätte er wahrscheinlich auch auf diese Laser, die eben durch Sound erzeugt worden sind, von Eldrorago auch gebaut. Also ich denke, das ist eine ziemlich krasse Angriffsfrucht, die man hier hat. Natürlich, die Vorbereitung ist ein bisschen umständlicher als bei Kizaru, weshalb sie für mich hier nur auf dem A-Rang landet. Ja, und dann haben wir natürlich den legendärsten Charakter, den es überhaupt in One Piece gibt und zwar Erik Wirbelsturm. Ja, das gab ja viele Green Bull Theorien, dass er es dann am Ende sein sollte. Er hat übrigens die Sichelfrucht. Ja, die Sichelfrucht, mit dem er seine Fingernägel in eine Sichel verwandeln kann und damit Leute aufschlitzen kann. Okay, das klingt gar nicht mal so uncool. Ist ja eigentlich etwas ganz krasses und im Grunde haben wir das aber auch schon in One Piece gesehen bei Captain Black. Ja, der hatte ja seine Krallen und hat sich ziemlich schnell bewegt, hat ja die Rasur eingesetzt und hat damit im Grunde denselben Effekt erzeugt. Aber natürlich, klar, bei einem Erik Wirbelsturm, der konnte die immer wieder nachwachsen lassen. Wenn diese Klingen zerbrochen sind, stehst du da mit schlechten Karten da. Ich finde, das ist eine sehr interessante Teufelsfrucht eigentlich und mit Haki wäre die wahrscheinlich ein bisschen heftiger, weshalb man die auf jeden Fall nicht unterschätzen soll. Ich sag mal C-Rang, aber für mehr reicht es natürlich auch nicht. Ja, und dann haben wir Gairam. Er hatte eine Würfelfrucht und von der hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Mehr so ein bisschen in Richtung Opio-Penomie. Aber so war es ja dann am Ende eigentlich gar nicht. Es ging ja eher so ein bisschen in Richtung Bärenfrucht von Berrygood und die ist ja auch nicht so krass besonders. Im Grunde kann er eigentlich nur Objekte in Würfel verwandeln und die dann so ein bisschen manipulieren. Ich war jetzt nicht so überzeugt von dieser Teufelsfrucht, landet für mich deshalb nur auf dem D-Rang. Und dann haben wir Gasper Kade und er hat eine Logia-Teufelsfrucht. Und Logia-Teufelsfrüchte sind natürlich schon mal von allein krass. Und hier hat man so ein bisschen versucht, in den Filler-Folgen schon so etwas wie eine Wasserteufelsfrucht zu erstellen. Und zwar halt mit verschiedenen Flüssigkeiten. In dem Form haben wir hier Sirup. Und in dem Sinne würde ich sogar sagen, wäre es die überlegene Version, der schlägt die Teufelsfrucht von Perospero. Weil er hatte ja auch quasi so eine Sirup-Frucht, aber die war ja im größten Teil immer dann recht fest und er konnte sich selbst nicht in Sirup verwandeln, was natürlich ihn deutlich stärker gemacht hätte, meiner Meinung nach. Ich finde, diese Teufelsfrucht verdient hier mindestens mal den S-Rang, weil ich glaube, damit könnte man in der neuen Welt durchaus für Furore sorgen. Wir haben hier halt natürlich den falschen Charakter. Wir brauchen hier einen Charakter, der ein bisschen was drauf hat mit Haki und so weiter und ja, dann bist du halt mit einer Logia-Teufelsfrucht immer im Vorteil. Das sind nicht umsonst immer noch eine der mächtigsten Teufelsfrüchten, die es gibt. Ja, und dann haben wir Gil Tesoro und da mache ich es auch mal kurz. Ich setze ihn auf S-Plus, weil das für mich eine der stärksten Teufelsfrüchte der Klasse Paramezia ist. Ich meine, man wird zu einem Goldmensch. Wir haben gesehen, was Tesoro quasi eigentlich schon Douglas Bullet in Light war, wobei ich da eher vielleicht sogar sagen sollte, wir gehen mal auf S, denn weil er ist halt wirklich nur die Light-Version, aber er konnte mit dem Goldstaub, den er natürlich den Gegnern, den zukünftigen Gegnern schon mal zufälligerweise übergestreut hat, diese natürlich auch in gewisser Weise manipulieren und ich finde, das ist immer eine ziemlich krasse Stärke und dann müsste man wieder überlegen, hey, vielleicht die Goldfrucht doch auf S, aber natürlich, wenn man dahinter gestiegen ist, ja, wenn man herausgefunden hat, wie das mit der Goldfrucht funktioniert, ja, dann musst du auch ein starker Kämpfer sein, aber das war vielleicht gilt Tesoro nicht, aber ein stärkerer Gegner, vielleicht jetzt so jemand wie Douglas Bullet, ja, der hätte damit vielleicht sogar noch mehr angefangen und es wäre vielleicht wieder ein besserer Film gewesen oder ein besserer Gegner als mit dieser Kopierfrucht. Ich glaube, Douglas Bullet an und für sich ist kein schlechter Charakter per se, ich mag ihn nicht, aber das ist ja meine persönliche Meinung, er hat halt einfach diese übertriebene Teufelsfrucht, was die ganze Sache halt immer ein bisschen schmälert. Dann haben wir Honeyqueen und ja, hier haben wir das zweite Mal den Versuch, so etwas wie eine Wasserfrucht zu erschaffen. Sie ist quasi zur Flüssigkeit geworden, ein Flüssigkeitsmensch und es ist natürlich auch eine Logia-Frucht. Ich halte sie jetzt aber nicht so gut wie eine Sirupfrucht, es sei denn natürlich, man kann diese Flüssigkeiten auch noch irgendwie manipulieren, indem man dann halt zu einer giftigen Flüssigkeit wird oder so etwas. Das haben wir aber leider bei ihr nicht gesehen, weshalb es für mich nur auf den A-Rang landet. In Flüssigkeit zu verwandeln ist eine Sache, aber hätte man dann vielleicht sogar die Schwäche gegen Kälte, in dem man dann halt nicht flüssig werden könnte. Klar, das könnte man sagen, ein Cousin ist jetzt nicht unbedingt immer in der Nähe, aber es gibt halt auch Umgebungen, wo es halt ein bisschen kühler ist, beispielsweise Trum Island oder Pankazad. Und dann haben wir Lago, er von den Amigo-Piraten, die feiere ich einfach. Also Filler sind natürlich immer so ein bisschen dämlich, aber die Amigo-Piraten, das hatte schon etwas. Waren übrigens Mitstreiter von Shiki oder zumindest in Shikis Allianz dabei. Er hatte die Netzfrucht, finde ich eigentlich gar nicht so uncool, ist für mich auch etwas, was im Kanon existiert haben könnte. Quasi so am Anfang der Grand Line her, das ist richtig cool gewesen, aber danach wird man halt damit nicht stärker. Da gehe ich auch mal auf die Fesselfrucht von Hina, von der Marine ein. Die finde ich jetzt auch nicht so toll pralle und deswegen landet für mich die Netzfrucht mal nur auf dem D-Rang, weil ich auch nicht glaube, dass die noch ein größeres Potenzial hat. Klar, man kann das mit Hake überziehen, aber hat das dann so einen großen Vorteil, außer dass der andere sich vielleicht weniger schnell befreien kann? Ich weiß es natürlich nicht. Dann haben wir ebenfalls wieder jemanden von Filmgold, auch ein richtig cooler Name, Matt Treasure. Das klang schon ziemlich cool. Er hatte die Kettenfrucht, die finde ich jetzt ein bisschen cooler als jetzt beispielsweise die Netzfrucht, weil wir reden ja auch hier von Ketten und nicht einfachen Netzen und wir haben es ja auch schon in der Vergangenheit so ein bisschen gesehen. Ketten als Waffen zu benutzen ist eigentlich eine coole Sache, haben wir im Skypie Arc gesehen. Da hatte auch Zorro seinen Kampf damit und ja, diese Teufelsfrucht würde ich gerne ein bisschen mehr im Kanon sehen. Natürlich spielt auch hier wieder Haki eine große Rolle. Das Potenzial ist vielleicht sogar ein bisschen höher als bei anderen, deswegen setze ich ihn mal hier auf den B-Rang. Als nächstes haben wir Mushuru. Wie, den kennt ihr nicht? Mushuru. Aber wir haben ihn doch alle gesehen im Drum Island Arc. Nein, eigentlich nur im Fillerfilm zum Drum Island Arc. Es ist der große Bruder von Warpol und auch er hat eine super interessante Teufelsfrucht und zwar er kann Giftsporen manipulieren und damit seinen Gegner vergiften und Gift ist für mich immer so eine Geschichte in One Piece. Klar, ein Ruffy ist immun, aber bei vielen anderen, die hätten erstmal starke Probleme damit, sich dagegen zu wehren. Weshalb für mich diese Teufelsfrucht, da sie ein geringeres Potenzial hat als viele andere Giftfrüchte, einfach hier auf dem B-Rang landet. Dann haben wir Noco und ja, Noco ist ja eigentlich das Seepferdchen, das er in der Hand trägt, also auch wieder ein Objekt mit einer Teufelsfrucht und zwar kann man damit Leute ins Reich der Träume schicken. Das ist ein großer, krasser Vorteil. Also da braucht ihr mir nichts anderes einreden. Ich finde, das ist ein großer Vorteil, aber der Nachteil, den ich hier sehe, ist ähnlich wie bei der Haustierfrucht. Wenn der Gegner zu ein starkes Haki hat, kann er sich daraus selbst befreien und aus den Träumen zu erwachen, war am Ende dann auch einfacher als eben mal von diesen Halsbändern, die die Haustierfrucht erzeugt hatte. Aber man hat natürlich einen großen Vorteil. Ich würde sie mal so ein bisschen vergleichen mit dem Slowbeam, welche Vorteile man sich da erschaffen kann. Ein starker Gegner ist natürlich mit dieser Teufelsfrucht, natürlich stärker als das, was wir dort gesehen haben. Aber ich finde, das ist immer eine sehr interessante Teufelsfrucht, die übrigens auch zweimal aufgetaucht ist, nämlich einmal in Filler-Episoden und einmal in einem One-Piece-Spiel. Die nächste Teufelsfrucht werde ich erstmal überspringen. Da werden wir am Ende drüber reden, weil sie sehr interessant ist und ich vielleicht sogar glaube, dass sie noch im Kanon auftauchen könnte. Kommen wir zu Pato. Er hat die Baki-Danuki Teufelsfrucht, also die mystische Version eines Tanukis, der sich verwandeln kann. Ihr habt das mit Sicherheit schon mal in ein paar Anime gesehen oder sowas. Blatt auf den Kopf gelegt und dann zack, kann man sich verwandeln. Also ähnlich, wie das im Grunde auch Kinomon mit seiner Kleidungsfrucht getan hat. Weshalb ich auch nicht glaube, dass diese Teufelsfrucht, eine mystische Sohan, irgendwann mal im Kanon auftaucht, weil wir mit Kinomons Kleidungsfrucht und der eigentlichen Tanuki-Frucht im Grunde eigentlich schon beides abgehakt haben. Finde ich aber gar nicht mal so uninteressant. Geht ja in Richtung Klonfrucht, außer, dass man sich ja auch verwandeln kann, ohne jemanden berühren zu müssen. Vielleicht so ein bisschen sogar in Richtung Kizune. Und man darf natürlich den Waschbär auch nicht unterschätzen. Das sind ganz schön aggressive Tiere, die ebenfalls Krallen und Reißzähne haben. Also auch in gewisser Weise Raubtiere. Weshalb ich mal sagen würde, und auch aus dem Aspekt, dass das eine mystische Sohan ist, vielleicht nicht die stärkste der mystischen Sohan, aber das Potenzial ist hoch. Also ich bin auch hier ein bisschen am überlegen, den auf S zu setzen. Und eine weitere mystische Sohan, die es wahrscheinlich nie in den Kanon schaffen wird, die mystische Fledermausfrucht, Modell Vampir. Ja, auch eine ziemlich krasse mystische Sohan-Teufelsfrucht, die für mich hier mal auf dem S-Rang landet, denn wir haben ja einiges davon gesehen. Er hatte natürlich Pato, der ja nicht wirklich dieser Tanuki war, sondern eigentlich die Schreibfeder von Redfield. Unter Kontrolle. Und die Vampirfrucht, er kann damit ewig leben. Also du hast so viele Vorteile dadurch. Er wurde ja auch verglichen, dass er so stark war wie Goldie Roger. Na gut, das wurden einige hier in dieser Liste, wie beispielsweise auch ein Briny World oder halt auch eben ein Douglas Bullet. Aber ich finde, die Teufelsfrucht hätte auch im Kanon irgendwie cool gewirkt. Ja, so etwas hätte man gerne mal gesehen. Klar, man hat das Vampir-Setting schon bei Mihawk, wo ja ein bisschen darauf aufgebaut wurde. Klar, er ist kein Vampir. Ich möchte jetzt hier keine Theorien anstellen, weshalb man die wahrscheinlich nicht im Kanon sehen wird. Aber hier, One Piece Unlimited World Red war es, glaube ich, wo er aufgetaucht ist. Superspiel und der Charakter hat mir auch als Gegner sehr gut gefallen. Dann haben wir Psycho P, also auch wieder einer der coolen Namen. Und Psycho P hat ja quasi die Unsichtbarkeitsfrucht. Ja gut, nicht ganz richtig. Er hat die Camouflagefrucht. Und damit ist sie vielleicht nicht so stark wie die Unsichtbarkeitsfrucht, hat aber im Grunde die gleichen Vorteile. Also ins Badehaus könnte man damit vermutlich gehen. Es sei denn, dieses Spray, das er dafür benutzt, löst sich dann beim Wasserdampf ab. Dann wäre das dann nicht so gut für ihn. Aber ich finde, das ist eine recht solide Teufelsfrucht, mit der man etwas anfangen kann. Ich finde natürlich die Unsichtbarkeitsfrucht ein bisschen besser, weil man damit vielleicht auch seine Präsenz unterdrücken kann. Und das sehe ich bei der Camouflagefrucht halt eben nicht. Und dann müssen wir natürlich auch sagen, so etwas wie die Ninja, die wir in Wano Kuni gesehen haben, die können das wahrscheinlich auch ohne Teufelsfrucht mit irgendeinem Ninjutsu einsetzen. Dann kommen wir zu Simon. Und Simon hat eine sehr interessante Logia Teufelsfrucht. Ich setze sie jetzt mal hier vorsichtshalber auf den S-Rang, weil ich glaube, für mehr ist nicht drin. Wir haben auch wahrscheinlich verschiedene Schwächen, die wir unter anderem in dieser Liste haben. Er hat nämlich die Papierfrucht und kann sich natürlich damit auch in Papierschnipsel auflösen. Und ich würde es halt interessant finden, wenn man sich halt in scharfe Papierschnitzel, oh mein Gott, was ein Wort Papierschnipsel auflösen könnte und damit den Gegner zerschneiden kann. Und das in Kombination mit Rüstungshaki stelle ich mir eigentlich ziemlich krass vor. Da natürlich die Vorteile einer Logia Teufelsfrucht und vielleicht hat er sogar den Vorteil nicht unterzugehen, wenn er ins Wasser fällt, weil er halt ein Papiermensch ist und dann damit einfach leichter als Wasser. Auf der anderen Seite ist das der große Nachteil von Teufelsfrüchten. Das heißt, auch da müsste er im Grunde absinken. Der Einzige, der das geschafft hat, nicht abzusinken, war Mr. 3, aber das hat Oda ja später in der Fanpost erklärt. Da war ein immer oben dreiwendes Stück Holz unter ihm gelegen. Ja, Oda und seine Ausreden. Dann haben wir Tanaka und Tanaka tauchte ja auch in der Silver Mine Arc auf, also der Fehlerfolgen zu One Piece Film Gold. Er hatte die Durchschlussfrucht, konnte durch feste Objekte und Gegenstände durchschlüpfen. Ganz interessante Geschichte. Geht ein bisschen Richtung in Türfrucht, dass man auch in Räume kann, wo man eigentlich nicht hinein kann. Er kann natürlich nicht wirklich in lebende Menschen rein, was natürlich extrem krass wäre, weshalb das zwar eine sehr gute Utili-Teufelsfrucht ist, aber ich glaube im Kampf bringt das halt eben nichts, außer man kämpft vielleicht gegen Schwertkämpfer und ein Schwert, das einem streifen würde, würde einfach durch einen durchgehen. Dann wäre es ganz interessant. Ich bin ein bisschen am Schwanken bei dieser Teufelsfrucht, aber ich denke, auf dem B-Rang ist sie gut aufgehoben. Und dann kommen wir zur Musikfrucht oder Gesangsfrucht von Uta. Ja, die Uta-Utanomie. Oh mein Gott, da hat sich hier wieder jemand bei Namen ausgetobt. Wir haben einen Charakter, der gut singen kann. Wir nennen sie einfach mal Uta und geben ihr die Musikfrucht, die Gesangsfrucht, die dann Uta-Utanomie heißt. Ja, perfekt eingeordnet. Hier müssen wir natürlich etwas aufklären. Uta ist ein Kanon-Charakter, wurde von Uta bestätigt, aber ihre Teufelsfrucht ist nicht Kanon, weil das wurde nämlich nicht bestätigt, dass das irgendwie relevant war oder dass sie das als Kind auch schon gegessen hatte, diese Frucht, wobei wir ja wissen, dass sie sie gegessen hat, aber halt nicht den genauen Zeitpunkt kennen. Alles ein bisschen komisch, verwirrend. Ist auch für mich eigentlich gar nicht so eine starke Teufelsfrucht. Klar, sie kam in One Piece Film Red sehr stark rüber, dass man im Grunde die Leute in diesem Traumwelt gefangen halten kann und in dieser Traumwelt alles manipulieren kann und natürlich damit auch Leute einschläfern kann mit dieser Teufelsfrucht, das macht die schon ziemlich stark, aber das hilft ja alles nur so lange, bis man selbst nicht einschläft und hätte Uta nicht die ganze Zeit diese komischen Pilze gegessen, ja, dann wäre sie auch nicht ewig wach geblieben und irgendwann wären dann die Gegner daraus erwacht. Klar, in dem Zeitpunkt hat man die gleichen Vorteile wie bei der Traumfrucht und ich würde noch ein bisschen weitergehen, denn eine Sache hat diese Gesangsmusikfrucht natürlich auch, man kann die Todmusika damit abspielen, Au Veligia, und dann kann man den Dämonenkönig beschwören, ja, aber da müssen wir natürlich besondere Umstände alles mit einspielen und man muss natürlich wahrscheinlich auch gut singen können, um die Todmusika zu singen, ja, und das ist natürlich nicht bei jedem Charakter gegeben, bei Uta war es allerdings gegeben, weshalb ich mal sagen würde, für den ganz großen Sprung reicht es nicht, aber auf den S-Rang würde ich diese Teufelsfrucht schon stellen, denn wir wissen einfach nicht, wie diese im Kampf wirken würde und ich glaube, im Kampf kann man damit wahrscheinlich noch viel größere Sachen machen, vielleicht in so eine Richtung Baden-Richtung, dass man auch die eigenen Leute damit buffen kann, mit einem guten Song oder so, oder vielleicht auch wilde Tiere damit, ja, zähmen könnte, in dem Sinne, dass man sie beruhigt, ganz interessante Geschichte. Eine Teufelsfrucht haben wir noch, ich habe sie am Anfang dieser Tierliste auch erwähnt, es ist nämlich eine mystische Sohan-Modell Nue. Nue ist quasi so etwas wie die Chimera in der japanischen Folklore, aber es geht noch ein bisschen weiter, weil hiermit kann man nämlich auch beispielsweise Illusionen erzeugen und Halluzinationen erzeugen, aber auch teilweise Menschen kontrollieren, weshalb ich ja immer noch so ein bisschen glaube, dass das eine tolle Teufelsfrucht für Imusama wäre, aber es ist natürlich schon in den Fillern aufgetaucht, beziehungsweise beim One Piece Ex-Kyoto-Special, diese Briefmarkenjagd, da hatte der Oberschurke diese Teufelsfrucht, aber ihr seht, wir haben eine Konzeptzeichnung von Oda und wer weiß, wer weiß, vielleicht geht diese ganze Briefmarkenjagd, die ja nur einmal stattgefunden hat und die außerhalb von Japan halt die wenigsten mitbekommen haben, komplett unter und Oda hat mit dieser Teufelsfrucht noch mehr geplant, denn das Potenzial dieser mystischen Sohan-Teufelsfrucht ist für mich enorm und die Nue würde ich gerne noch im Kanon sehen und vielleicht bei Imusama und das könnte das große Geheimnis sein, wie er vielleicht die Weltregierung, die Gorosei kontrolliert und gar nicht von Anfang an dabei gewesen ist. Schaut gerne mal in diesen Podcast rein über Imusama und die Gorosei, da habe ich das ein bisschen ausführlicher, ja, erklärt. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Tierliste der Filler Teufelsfrüchte von One Piece. Ihr könnt diese Tierliste gerne selber anfertigen, ich habe euch unten in der Beschreibung einen Link dazu eingefügt, einfach draufklicken und selbst einordnen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was hättet ihr anders da gemacht, denn jeder hat ja eine andere Meinung und ihr habt jetzt meine Meinung und meine Erklärung zu den einzigen Teufelsfrüchten erklärt bekommen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Tierlist und natürlich viel mehr One Piece Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt One Piece gewogen, bleibt mir gewogen. Ade!